Der Gründer des Portals Nechta, eines der wichtigsten Medien für die belarussische Opposition. Der Geheimdienst hatte Protasiewicz auf eine Liste mit Menschen setzen lassen, denen Terrorismus vorgeworfen wird. Die Weltreise, wir schauen auch mal auf Meldungen. Wie alt, komm, Sunshine. Sunshine, ja, sind da aber auch. Überhaupt noch eine Schuhe. Wollte er mit einem langen Schaden. Komm, hallo, guten Tag. Und even if it's far away, get me through another day. Show me in sunshine, show me with good times. Tell me that the world's been spinning since I began, and everything I'll be... Now I can't get you out of my pain, oh, we're such a shame. Then we don't talk anymore, then we don't talk anymore. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR